Wir reden über den VfB Stuttgart. Mein Name ist Danny Gallm und vor dem kommenden Heimspiel gegen Union Berlin steht das Team mächtig unter Druck. In der Liga ist der VfB seit acht Spielen ohne Sieg. Im Kalenderjahr 2022 gab es bislang überhaupt nur drei Erfolgserlebnisse. In der Folge wird es auch für Pellegrino und Matarazzo zunehmend kritischer. Ist der Trainer Teil der Lösung oder Teil des Problems? Darüber wollen wir heute diskutieren und dafür ist mein Kollege Simeon Kramer in der Leitung. Simi, servus. Danny, servus. Grüße gehen raus. Ja, wir sind mal wieder mitten im Herbst und mitten in so den Anfängen einer Herbstdepression rund um den VfB Stuttgart. Nichtsdestotrotz, wir jagen durch die Themen für euch da kurzer Überblick über unser Programm für heute. Wir wollen ganz kurz unsere Chronistenpflicht erfüllend zurückblicken auf das Auswärtsspiel in Wolfsburg. Dann, Simi, du kommst aktuell direkt von der PK. Deswegen nehmen wir heute auch am Freitag erst auf. Wir wollten unbedingt diese Pressekonferenz noch mit reinnehmen. Wir sprechen ausführlich darüber, über deine Eindrücke, auch über deine Fragen, die du gestellt hast auf der PK. Und anschließend danke da draußen schon mal an euch. Tolles, toller, toller Input, der von euch kam. Wir haben ganz viele Rückmeldungen bekommen, Feedback bekommen zur Frage, wie seht ihr die Lage rund um Pellegrino Matarazzo? Wir wollen da richtig tief reinsteigen in die Diskussion mit uns, mit euren Meinungen. Sind wir gespannt, wo es uns hinträgt. Und abschließend richten wir den Blick auf den Sonntag, das Heimspiel gegen Union Berlin. Ein ganz wichtiges Duell. Sonntag, 19.30. Simi bringt euch auf den aktuellen Stand. Wir legen die Kader ein bisschen nebeneinander, gucken uns den kommenden Gegner ein bisschen an. Also, wir sind gut gerüstet, gehen direkt rein. Simi, vergangenen Samstag. Ich war im Dienst dieses 2-3 beim VfL Wolfsburg Gegentor in der Nachspielzeit. Hast du es überhaupt verfolgt? Du hattest ja schließlich frei, beziehungsweise du hast sicherlich danach, falls du es nicht verfolgt hast, dich eingelesen. Was nimmst du mit von diesem Spiel? Ja, ich habe es in der Tat nicht gesehen. Ich war das ganze verlängerte Wochenende in Frankreich, habe mir ein bisschen eine Auszeit, eine Pause gegönnt, auch vom VfB natürlich. Ich habe natürlich verfolgt, was passiert ist, habe mir auch die Highlights angeschaut, habe mich jetzt eingelesen, die Tage, wo ich wieder im Dienst war. Was nehme ich mit, Danny? Ich nehme mit, dass der VfB weiter ohne Sieg dasteht, dass der VfB weiter die Fehler macht, die er nicht machen soll, nämlich grobe, individuelle Patzer, fehlende Abstimmung zwischen den Mannschaftsteilen. Also, das war ein Spiel Not gegen Elend, würde ich es mal betiteln. Da lief nicht viel zusammen. Ich glaube, Sven Missenthal hat ja im Nachgang an die Partie auch gesagt, das war unsere defensiv schlechteste Leistung, vor allem in der ersten Hälfte. Also, es war wirklich eine, ja, fast schon unterirdische Vorstellung vom VfB. Und vor allem dieses dritte Tor, Danny hat, glaube ich, alle Probleme aufgezeigt, die der VfB hat. Boah, schlecht gestaffelte Abwehr, der Torwart sieht nicht gut aus, keine gute Rückwärtsbewegung und dann natürlich auch Flo Müller mit einem Riesenpatzer beim zweiten Gegentreffer. Also, ja, Danny, ich glaube, es ist ein schmerzhafter Spieltag am letzten Wochenende. Es wurde viel darüber gesprochen, kann der VfB dem Druck standhalten? Es wird der erste richtige Härtetest jetzt gegen Wolfsburg. Und ich glaube, die bittere Erkenntnis ist, der VfB kann diesem Druck aktuell nicht standhalten, hat wieder mal verloren in typischer Manier, Nachspielzeit, den Gegentreffer. Es tut einfach nur weh gerade, Danny, muss ich ehrlich sagen. Und eine weitere Erkenntnis ist ja auch, der VfB kann aktuell nicht irgendein Element in seinem Spiel wirklich gut auf den Platz bringen. Also, wir haben es ja im Vorfeld thematisiert. Ich glaube, ich habe auch so ein schnödes 1-1 getippt, wo nicht viel passieren wird. Das war dann zumindest in Halbzeit 1 gar nicht so der Fall. Da ging es rauf und runter, aber es ging nicht rauf und runter, weil da jetzt so zwei wunderbare Offensivreihen aufeinander getroffen sind, sondern weil eben zwei fabelhaft schlechte Defensivreihen sich gegenüberstanden. Also, das war schon fast grotesk, wie viele Fehler beide Teams gemacht haben. Zweite Halbzeit war es dann eher dieser von mir prognostizierte schwere Gang. Und letztlich sagst du es genau richtig. Dieses Team macht unter dem Strich viel zu viele Fehler, um in der Bundesliga ein Spiel zu gewinnen. Und dabei hat man wieder mal versucht, im Vorfeld alles ein bisschen anders zu gestalten. Man hat unter der Woche verschiedene Reize gesetzt, auch in die psychologische Trickkiste gegriffen. Man hat versucht, das Team zu motivieren. Man hat spieltaktisch was verändert. Man hat mit der Viererkette gespielt und Stenzel hinten rechts. Also auch die defensive Grundordnung dann verändert. Das hat alles nichts genutzt. Wieder drei Gegentore, wie schon in der Woche davor gegen Eintracht Frankfurt. Tja, und Simi, so kommen wir doch direkt zur Pressekonferenz vom kommenden Heimspiel gegen Union Berlin. Denn war das auch Thema nochmal, diese Nachbearbeitung der Wolfsburg-Pleite auf der PK heute mit Prelegrino Matarazzo? Ganz ehrlich, nein. Keine Sekunde. Es war eigentlich kein Thema, das Wolfsburg-Spiel, vielleicht nur ganz kurz am Rande. Aber es wurde speziell nicht nach Wolfsburg gefragt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Danny, du erlebst mich heute sehr, sehr nachdenklich. Oder ihr erlebt mich sehr nachdenklich in dieser Podcast-Folge. Ich bin emotional ein bisschen angefixt. Ich komme ja direkt aus der Pressekonferenz mit Rino. Die hat mich sehr, sehr nachdenklich gestimmt, diese Pressekonferenz. Weil es ging eigentlich gar nicht mehr um Wolfsburg. Es ging eigentlich nur noch um VfB. Drei Siege im Jahr 2022. Noch kein Sieg in dieser Saison. Trainerstuhl wackelt. Wie nimmst du das wahr? Was ist los mit der Mannschaft? Was stimmt da nicht? Was liegt da im Augen? Wo liegen die Probleme? Ist es der Trainer? Ist es die Mannschaft? Das war eine PK, die mich emotional ein bisschen verstimmt hat, weil sie einiges zum Vorschein gebracht hat, wo ich denke, boah, das darf eigentlich nicht zum Vorschein kommen, sowas. Oder sollte nicht zum Vorschein kommen. Also um das Wolfsburg-Spiel ging es eigentlich gar nicht. Es ging nur um die aktuelle Situation, die aktuelle Verfassung von Trainer und Mannschaft. Es ging um Union. Und es ging einfach um die Frage, Alter, was stimmt denn gerade nicht? Was ist los? Was ist im Argen? Wo klemmt es? Also die PK hat wehgetan, Danny, muss ich ganz ehrlich sagen. Was kam denn zum Vorschein, wenn du sagst, da wurden Dinge ausgesprochen oder du hattest zumindest den Eindruck, dass es so rüberkommt, was da eigentlich was schiefläuft. Beziehungsweise das ist der erste Teil meiner Frage. Vielleicht kannst du das Gefühl, das du jetzt hattest, noch mal mit Aussagen vom Trainer unterfüttern. Und du hast wahnsinnig viele Fragen jetzt aufgeworfen, die ja sicherlich auch gestellt wurden. Was sind denn die Antworten des Trainers? Das wäre Part 2 meiner Frage. Ja, das Gefühl, das sich auf dieser Pressekonferenz gewonnen hat, lässt sich vielleicht so zusammenfassen. Ich glaube nicht, dass der Trainer das große Problem aktuell ist. Ich meine, wir haben uns ja auch auf diese Podcast-Folge vorbereitet, Danny. Das wird gerade viel diskutiert. Im Kicker standen schon mögliche Nachfolgekandidaten. Das Absurde gerade ist, dass wir vor gefühlt zwei Wochen noch den Trainer hochgelobt haben. Tausend Tage im Amt. Trittlängster Bundesliga-Trainer aktuell. Er rutscht immer weiter nach vorne bei den VfB-Trainern mit den längsten Amtszeiten. Und ach, alles super. Und jetzt auf einmal geht diese Trainer-Diskussion los. Völlig zu Recht natürlich, weil du einfach keine Entwicklung siehst. Und genau das war heute so ein bisschen der Tenor in der Pressekonferenz. Was ist los? Also wieso gewinnt die Mannschaft in dieser Saison noch kein Spiel? Wieso hat die Mannschaft im ganzen Jahr bislang nur drei Spiele gewonnen? Und Rino liefert uns Antworten. Das war so der Tenor dieser PK. Ich habe ihn auch speziell danach gefragt. Rino, jetzt wird es geschrieben. Und das ist das Bundesliga-Business. Das ist ein knallhartes Haifischbecken. Du weißt, wie schnell das ist, dieses Business. Du weißt, wie schnell lebig das ist, wie schnell dein Job vorbei sein kann als Trainer, wie schnell du rausfliegen kannst. Wie nimmst du das wahr? Und es war irgendwie eine komische Stimmung in der PK, weil ich das Gefühl hatte, Rino erkennt die Probleme. Rino weiß, was schiefläuft. Aber er hat keine Antwort auf die Fragen. Noch nicht. Er hat keine Lösung. Er weiß nicht genau, woran es hakt, woran es liegt. Beziehungsweise er weiß, was los ist, aber er hat keine hundertprozentige Lösung für die Probleme, die da sind. Da geht es um fehlende Abstimmung. Da geht es darum, dass die Mannschaft niemals 90 Minuten diszipliniert und das durchzieht, was der Trainer an einem Plan mitgibt über das gesamte Spiel. Diese PK hat mehr Fragen aufgeworfen, als sie beantwortet hat. Und das war das, was mir an dieser PK so wehgetan hat. Ja, Danny, zu deinem zweiten Teil, was soll ich da sagen? Antworten gab es eigentlich keine, weil es gibt keine Lösung für die Probleme, die wir gerade sehen. Aber sind wir dann nicht in einer Sackgasse gelandet? Also ich habe jetzt die PK nicht live verfolgt. Ich habe nur ein paar Ausschnitte gehört, die du mir dann auch weitergeleitet hast. Und ich teile so ein bisschen deinen Eindruck. Und bevor wir gleich in die große Diskussion eingehen, auch mit den Meinungen aus unserer Followerschaft, möchte ich das jetzt mal nennen. Was ist denn jetzt sein, er muss ja den Blick nach vorne richten auf das Spiel gegen Union Berlin? Also mal ganz profan gefragt, damit wir auch einen Nachrichtenwert hier produzieren können für Leute, die die PK nicht gehört haben. Wie sieht es dem personell aus? Und wie plant der Coach gegen diese gut geölte Berliner Maschine zu spielen? Beziehungsweise wie will er jetzt mit dem Druck umgehen, der ja jetzt dann mit dem neunten sieglosen Spiel das anbricht, zumindest beim Anpfiff am Sonntagabend in Folge? Wie will er damit umgehen? Ich will noch gar nicht auf Union eingehen. Sorry, Danny, dass ich dich da so abgrätsch. Aber ich habe einfach noch Bedarf, über diese Pressekonferenz zu sprechen. Weil es war vor allem ein großes Thema da auf dieser PK. Und das war, glaube ich, meine Frage gegen Ende hin der PK, wenn ihr nochmal reinhören wollt, die für mich eigentlich so symbolmäßig steht für die Situation gerade beim VfB. Ich habe das Gefühl, in der aktuellen Diskussion auch um den Trainer, um die Mannschaft, ist das eine zweischneidige Frage quasi. Auf der einen Seite ist der Trainer das Problem oder auf der anderen Seite ist die Mannschaft das Problem? Und das genau habe ich Rino gefragt. Rino, was ist da los? Ich habe das Gefühl, du als Trainer, du hast einen Plan, du hast eine Idee, du weißt, wie du einen Gegner bespielen willst. Du gibst deiner Mannschaft auch einen Plan, eine Idee mit auf den Weg. Aber dann auf dem Platz klappt es nicht. Die Umsetzung klappt nicht. Es funktioniert nicht. Man sieht keine Spielidee. Man sieht keine Offensividee. Man sieht keine gute Abwehr. Man sieht keine Struktur im Spiel. Es sind Riesenlöcher zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen. Also die Umsetzung, das Plan des Trainers, das er hat. Er hat diesen Plan. Das bezweifle ich nicht. Aber an der Umsetzung mangelt es. Und woran liegt es? Das habe ich ihn genauso gefragt. Und seine Antwort hat mich nachdenklich gemacht, weil er klar gesagt hat, wir müssen konsequenter und disziplinierter sein. Wir dürfen nicht, wenn wir merken, irgendwas läuft gut, auf einmal weniger machen. Wir müssen das durchziehen. Und die Frage, die er gestellt hat auf der PK ist, warum kriegt meine Mannschaft das nicht durchgezogen? Und wie kriege ich meine Mannschaft dazu, dass sie 90 Minuten fokussiert ist und in den 90 Minuten auch weiß, was sie in jeder Szene zu tun hat? Das heißt ja im Umkehrschluss, das ist ein klares Bekenntnis, ein klares in Anführungszeichen Schuldeingeständnis von Rino. Die Mannschaft ist nicht 90 Minuten fokussiert. Sie kriegt es vielleicht 45, 50, 60 Minuten hin, aber keine 90 Minuten. Er hat wortwörtlich gesagt, es gibt immer wieder Phasen, da sieht es gut aus und es gibt immer wieder Phasen, da sieht es richtig schlecht aus. Und woran liegt es? Und seine erschütternde Antwort, der nie war, die mich so nachdenklich gemacht hat. Er hat keine hundertprozentige Lösung auf diese Fragen gefunden. Warum kriegt die Mannschaft das nicht hin? Warum zieht sie es nicht durch? Warum ist sie nicht 90 Minuten fokussiert? Er weiß keine Antwort. Er hat gemeint, er weiß nur Lösungsansätze. Also er hat Ansätze, wie er das angehen möchte, aber es gibt keine Antwort auf diese Frage, wo er sagt, jawohl, das ist die Lösung. Und das, Danny, das stimmt mich nachdenklich. Das macht mich auch ein Stück weit nervös, auch als Journalist, weil ich das Gefühl habe, der Rino ist so ein klasse Typ. Du weißt es, Danny, wir sind per Du mit ihm. Wir haben uns ab und zu mal mit ihm ausgetauscht. Ich habe schon mit ihm telefoniert. Ich mag ihn wirklich als Mensch, als Trainer. Ich glaube, er ist kompetent genug, um in der Bundesliga ein Trainer zu sein. Aber die Mannschaft kriegt seine Ideen nicht umgesetzt. Und woran das liegt, darauf hat der Trainer keine Antwort. Das tut mir weh. Aber ich hätte zwei Erklärungen. Also ich kann das alles nachvollziehen, was du sagst, aber wenn jetzt das Problem mit den Matchplänen konkret ist. Variante A ist, der Matchplan des Trainers ist nicht gut. So. Zum Beispiel. Variante B ist, der Matchplan des Trainers passt. Die Jungs sind aber nicht in der Lage, das umzusetzen. Und das führt zwangsläufig zur Qualitätsfrage des Kaders. Weil, was er beschreibt, dass diese Mannschaft nicht in der Lage ist, 90 beziehungsweise 94 Minuten wie in Wolfsburg fokussiert Fußball zu spielen. Das sieht jeder, der die Spiele verfolgt. Das ist, da brauche ich keine großen analytischen Skills. Die Kernfrage ist eben einfach, ist der Trainer Teil des Problems? Oder ist das Problem die nicht vorhandene Qualität in der Mannschaft? Ich nenne dir eine konkrete Szene aus dem Wolfsburg-Spiel zum Beispiel. Das 1 zu 1 durch Omar Mamouche, das fällt auch deshalb, weil Kollege Silas als rechter Wingback, den er da zu dem Zeitpunkt noch gespielt hat, überhaupt nicht kapiert hat, was er da defensiv machen muss. Und das Groteske fast an der Szene ist, der Trainer hat es ihm zuvor mehrfach versucht, auch während des Spiels nochmal zu erklären. Er hat ihn rausgezogen, hat ihn nochmal eingetrichtert, du pass auf, bla bla bla. Was er jetzt gesagt hat, weiß ich natürlich nicht, aber wir haben natürlich gesehen, dass er ihn zur Seite nimmt und ihn nochmal instruiert. Sie kriegen es offensichtlich nicht umgesetzt. Und da kommen wir zu der eigentlichen Kernfrage, Danny. Ich glaube, wenn du mich vor drei, vier Tagen, vor einer Woche gefragt hättest, was ist das Problem? Ist es die Mannschaft? Ist es der Trainer? Hätte ich dir gesagt, die Mannschaft hat genug Qualität, um einen Mittelfeldplatz in der Bundesliga zu erreichen. Das wäre meine Ansage gewesen und damit gleichbedeutend die Ansage, der Trainer kriegt die Mannschaft nicht genug eingestellt. Der Trainer ist Teil des Problems. Punkt. Das wäre meine Antwort gewesen vor ein paar Tagen. Diese Pressekonferenz heute hat mir aber gezeigt, der Trainer hat eine Idee, der Trainer hat einen Plan, der Trainer erkennt die Probleme, der weiß, woran es liegt, der weiß, wo es hakt. Er würde das gerne umsetzen, er hat Ideen, wie er das umsetzen kann. Keine hundertprozentige Lösung, aber Ansätze. Okay, vielleicht gibt es gar keine Lösung für diese Mannschaft. Aber die Mannschaft kriegt es nicht umgesetzt. Und das muss als Trainer so frustrierend sein. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das für Rino in der PK war. Ich habe mich dann auch bei ihm bedankt und habe gesagt, danke Rino für diese ehrliche Analyse, für die ehrliche Antwort. Wie frustrierend muss es sein, auf einer PK den Journalisten zu sagen, ich weiß, woran es liegt, aber ich habe keine Lösung und die Mannschaft kriegt es nicht umgesetzt. Das muss frustrierend sein. Und da möchte ich aber wieder den Faden quasi zurückziehen oder beziehungsweise den Schlenker zurück machen, selbst wenn die Mannschaft in Anführungszeichen schlecht ist. Und selbst wenn der Trainer eine Idee hat, die er umsetzen will, die Mannschaft das aber nicht hinkriegt. Selbst dann musst du die Trainerfrage stellen, weil dann musst du in einfachen Fußball spielen. Vielleicht denkt Rino dann zu kompliziert. Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht erklären. Aber ich versuche nur darzustellen, selbst wenn Rino nicht das Hauptproblem ist und die Mannschaft aber weiter verliert, braucht es einen neuen Impuls. Und der neue Impuls ist in der Regel ein Trainerwechsel. Also was mich gerade so frustriert, was mich gerade so nachdenklich macht, ist, ich habe das Gefühl, Trainer Rino ist nicht das Problem, aber ich glaube, er muss trotzdem gehen, wenn die Ergebnisse ausbleiben, weil du brauchst einen neuen Impuls. Und ich glaube nicht, dass wir Rino noch lang sehen werden. Das ist meine frustrierende Erkenntnis aus dieser PK, die ich mit euch teilen möchte. Es wäre mir leichter gefallen zu sagen, Rino, sorry, du bist das Problem, du kriegst die Mannschaft nicht eingestellt. Tschüss. Ich habe aber nicht dieses Gefühl. Ich glaube, die Mannschaft, aus der ist nicht mehr rauszuholen, vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht arg viel mehr. Vielleicht seht ihr da draußen das anders. Vielleicht gebt ihr mir Feedback und sagt, ey, laber kein Scheiß. Die Mannschaft ist gut. Da muss mehr rausgeholt werden. Aber Danny, ich hoffe, ich bringe das rüber, was ich ausdrücken will. Du kannst mich gleich nochmal fragen zur Personallage, auch zur Union. Aber das musste ich nochmal loswerden. Ich hoffe, das war okay. Ich glaube, wir stellen das mit der Personallage wirklich nochmal hinten an. Ich glaube, die Frage ist jetzt nur wirklich, wann ist man an diesem Totpunkt angekommen, dass man diesen Trainerwechsel wirklich in Betracht zieht. Denn nach dem Wolfsburg-Spiel hat ja Sven Mislint hat klipp und klar gesagt, der Trainer ist nicht Teil der Analyse. Aber jetzt, wir können ja alle die Symptome deuten, die da jetzt zutage treten. Da kommen die ersten Nachfolger und jetzt nicht in irgendeinem Käseblättle, sondern im Kicker stehen die ersten Namen, die wohl intern diskutiert werden. Das ist ja auch, also ich sage es mal andersrum, es wäre ja völlig unprofessionell, wenn die sportlich Verantwortlichen beim VfB alles einfach laufen lassen würden und sich nicht Gedanken über einen Plan B machen. Also das ist ein absolut professioneller Vorgang und damit muss der Rino natürlich klarkommen. Aber vielleicht nutzen wir deinen Hint auch auf das Feedback der Community, um zu unserer großen Diskussion überzuleiten. Denn da kam wirklich wahnsinnig viel von euch rein und wir würden das gerne versuchen, hier in diese Podcast-Folge reinzuheben. Wir würden einfach gerne verschiedene Meinungen, die wir einsammeln konnten, hier kurz vortragen und sie dann gerne diskutieren. Denn es ist eine komplexe Thematik. Es gibt Leute, die weiter da sagen, jawohl, Rino ist der richtige Trainer. Es gibt genauso viele Kritiker. Es ist wirklich ein interessantes Spiegelbild, das man da mal einfangen kann. Und ich finde, weil wir auch immer so viel über die sozialen Medien schimpfen, zumindest in den Aufrufen, die wir beide gestartet haben, da kam sehr differenziertes Feedback rein. Und deswegen, Simi, wir starten einfach mal direkt rein mit dem Feedback vom Kollegen 242, kann man ja fast schon sagen. Er macht den Brustring-Talk mit ab und an, bloggt ab und zu noch ein bisschen. Der ist mit seiner Analyse klar. Der sagt, wenn man es ganz hart betrachtet, haben wir keine Weiterentwicklung mehr seit über einem Jahr. Der Kader ist meiner Meinung nach nicht so schlecht, wie die Tabelle es zeigt. Ich glaube, dass Rido leider keine Lösung mehr finden kann und wird. Er wird mehr und mehr ratlos, leider. Simi, das ist genau deine Stimmungslage, die du jetzt aus der PK transportiert hast, wenn ich das mal einmerken darf. Absolut. Vollkommen stimme ich dir zu, 242. Ja, es ist so. Ich habe das Gefühl, der Trainer wirkt ein bisschen hilflos, er wirkt ein bisschen ratlos. Ich würde nicht sagen, dass der Trainer keine Idee hat oder keinen Plan hat oder keine Lösungsansätze hat, wie er die jetzige Situation lösen kann. Aber es scheint nicht zu fruchten. Also egal, was er macht. Ich meine, wir haben darüber gesprochen, Danny. Vor Wolfsburg wurden neue Impulse gesetzt. So ein paar psychologische Tricks. Die Mannschaft wurde bewusst überlastet, um da vielleicht eine Trotzreaktion zu zeigen. Gegen Wolfsburg wurde phasenweise auf Viererkette umgestellt. Egal, was Pellegrino Materazzo macht, nichts wirkt. Und das ist so unfassbar frustrierend. Und dann kommen wir schlussendlich an den Punkt, den 2v2 gerade nennt. Der Trainer ist dann doch irgendwie Teil des Problems, weil er die Mannschaft nicht dahin bekommt, wo sie vielleicht eigentlich stehen sollte. Ich gehe nicht ganz mit mit dir, 2v2, wenn du sagst, die Mannschaft hat genug Qualität in Anführungszeichen. Ich finde, die Mannschaft hat, wenn alles rund läuft, das Potenzial 10.11.12. zu werden. Und wenn vieles nicht richtig läuft wie gerade, dann wirst du 15.16. und spielst, wenn es blöd läuft, Relegation oder steigst sogar ab. Das ist, glaube ich, die Gemengelage, in der wir uns qualitätstechnisch aktuell bewegen. Und da sehe ich den VfB gerade im negativen Soll, in Anführungszeichen. Aber diese grundsätzliche Tendenz, dass der Trainer zwar Lösungen hat, die aber überhaupt nicht wirken und es keine Weiterentwicklung gibt, die unterschreibe ich zu 100 Prozent. Siehst du auch so, oder? Ja, ich würde noch anmerken, ich finde die Anmerkung gut, dass man das ganze Jahr betrachtet. Weil wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen, der VfB ist letzte Saison dem Tod in letzter Sekunde von der Schippe gesprungen. Und diese drei Siege im Kalenderjahr 2022, ja, da war einmal davon dieses Wahnsinnsspiel gegen Köln am letzten Spieltag. Und die beiden anderen Spiele, das waren die Heimsiege gegen Augsburg und Gladbach. Und in beiden Spielen lag die Mannschaft zunächst 0 zu 2 zurück. Und ich finde, das ist eben ganz wichtig, wenn man die Gesamtsituation aktuell betrachtet und analysiert, dass man sich eben nicht nur auf diese acht sieglosen Spiele, die es jetzt zum Start der neuen Saison geworden sind, dass man nicht nur die betrachtet, sondern dass man den Bogen spannt. Und wenn wir uns ehrlich machen, Simi, wir haben es vorhin mal kurz besprochen, so das letzte wirklich gute VfB-Spiel, wo wir gesagt haben, wow, jetzt haben sie mal wirklich wieder den Fußball gespielt, den sie ja ab und an gezeigt haben, vor allem im ersten Jahr nach dem Aufstieg. Das liegt nun wirklich schon eine ganze Weile zurück. Ja, Danny, ich glaube, wir kommen an diesem einen Punkt nicht vorbei. Der VfB hat keine Entwicklung. Der VfB spielt nicht mehr diesen Fußball, den er aus dem Aufstiegsjahr quasi in der Bundesliga implementiert hat. Davon sind wir ganz weit weg aktuell. Ich sehe keine Entwicklung, ich sehe die Mannschaft, ich sehe keine Fortschritte, ich sehe keine Fortschritte im Spielsystem, im Plan, in der Offensive. Es passieren immer wieder die gleichen Fehler, individuelle Patzer, fehlende Abstimmung. Es kann doch nicht sein, dass du immer wieder die gleichen Fehler machst. Und ich komme immer wieder darauf zurück, Danny, auf diese große Fehleranalyse aus der vergangenen Saison, wo wir ja als Journalisten eingeladen waren mit Rino, was auch nochmal zeigt, was für ein absoluter Ehrenmann der Pellegrino Matarazzo ist, dass er offen vor uns Journalisten so eine knallharte Fehleranalyse macht. Aber keiner dieser Fehler, der angesprochen wurde, hat sich groß verändert. Es sind immer noch die gleichen Symptome, die im Spiel sind. Es sind immer noch die gleichen Fehler, die gemacht werden. Ich sehe keine Weiterentwicklung. Ich glaube, Rino ist ein super Trainer, ein super Mensch, ein super Typ. Ich mag ihn wirklich sehr. Aber ich glaube, und das ist die harte Nachricht, seine Zeit in Stuttgart neigt sich dem Ende zu. Und wer nicht das sagt, tut es mir weh. Der User Golwa sieht es anders. Der sagt, die Trainerfrage ist in einem sehr grenzwertigen Bereich und er geht genau darauf ein, was du auch hast anklingen lassen, nämlich diese Patzer. Individuelle Fehler lassen sich schwer verhindern. Das würde auch einem Nachfolger die Bilanz verhageln. Es liegt letztlich in der Hand des Teams, dieses Handicap durch eine noch bessere Performance zu kompensieren. Da kann man aber auch schwerlich widersprechen. Denn wenn Flo Müller einen Ball sich ins eigene Tor faustet, da stehst du als Trainer auch draußen und denkst dir, Junge, so haben wir es nicht besprochen. Nee, absolut. Da würde ich auch nicht widersprechen. Ich würde trotzdem einen Punkt reinbringen, der, glaube ich, ganz spannend in dieser Debatte ist. Ich glaube, man unterschätzt, wie einfach Fußball unterm Strich ist und wie viel Küchenpsychologie in Anführungszeichen als Trainer auch wichtig ist. Ich glaube, dass ein Trainerwechsel alleine deshalb schon eine Wirkung haben könnte, in Anführungszeichen, weil ein Trainer ja bestimmte Charaktereigenschaften hat. Und vielleicht ist Rino mit seinen Charaktereigenschaften nicht streng genug oder nicht fürsorglich genug. Keine Ahnung. Einfach so ein paar Eigenschaften in den Raum werfen. Und vielleicht ist Rino mit seiner Art, wie er mit der Mannschaft umgeht, wie er mit der Mannschaft spricht, wie er sie erreicht, auch emotional. Vielleicht führt das nicht dazu, dass diese Fehler abgestellt werden. Verstehst du, was ich meine? Also natürlich kann ein Trainer nichts dafür, dass Fehler gemacht werden auf dem Feld. Aber er kann ja eine gewisse Atmosphäre schaffen, die solche Fehler minimiert, die natürlich nicht verhindert, dass ein einzelner Spieler patzt. Aber vielleicht haben die Spieler ja schon ein komisches Gefühl, wenn sie ins Spiel gehen und machen deshalb die Fehler. Und vielleicht würde ein anderer Trainer mit anderen Charaktereigenschaften, mit einer anderen Herangehensweise dafür sorgen, dass dieses Gefühl im Spiel anders ist. Und dadurch werden die Fehler abgestellt. Also ich glaube, das ist ein schwieriges Thema, dieses Fehlerthema. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass ein Trainer da mit Küchenpsychologie, mit auch ein bisschen gut zureden, mit einer gewissen Gelassenheit vielleicht auch da entgegenwirken kann. Ich hoffe, das kam so rüber, wie ich es gemeint habe. Der Steffen vom Podcast Brudelei bringt noch einen interessanten Punkt rein, der eigentlich an das anschließt, was du gerade sagst. Der sagt nämlich, dass Reno seiner Meinung nach momentan die ärmste Sau ist. Man sieht ja seinen Willen zur Anpassung und sein Engagement. Und jetzt kommt sein Punkt. Ich glaube aber, seine Ansprache hat sich abgenutzt. Und der Kader ist leider schwer, in ein System zu bekommen. Ich glaube, mit diesem, seine Ansprache hat sich abgenutzt, da trifft er einen wunden Punkt. Denn du kannst als Trainer nicht jede Woche dann psychologische Reize setzen, die Spieler überfrachten, um sie zu motivieren. Das ist meiner Ansicht nach eine Methode, die muss funktionieren, die muss in den Erfolg münden. Andernfalls kannst du sie nicht noch ein zweites Mal bringen. Und du hast es ja skizziert, Simi, auf der PK heute, hattest du ja schon ein bisschen den Eindruck so, dass man jetzt gar nicht mehr so recht weiß, wie man diese Mannschaft noch anders anpacken soll. Und das ist ein Alarmsignal. Das ist ein absolutes Alarmsignal für den Trainer, für die Mannschaft, wenn man wirklich alles Mögliche versucht hat. Und dann kommt da noch eben hinzu, der Coach hat ja auch gar nicht den großen personellen Spielraum. Was will er denn groß verändern? Heute auf der PK wurde ja ein Torwartwechsel beispielsweise mal kategorisch ausgeschlossen. Was ich übrigens richtig halte, aber er hätte ja nicht mal die Option jetzt zu sagen, ja, da haben wir eine Nummer zwei, die schart mit den Hufen. Jetzt nichts gegen den Fabi Bredlow. Das ist ein feiner Kerl und eine gute Nummer zwei. Aber den jetzt da reinzuschmeißen, das ist meiner Ansicht nach auch wenig sinnvoll. Und der 16-jährige Dennis Simon in so einer Situation, da hat der VfB früher schon häufig Spieler verheizt. Daraus sollte man dringend gelernt haben. Also ich glaube, es ist auch ein Problem, dass Pellegrino Matarazzo so langsam, aber sicher, wenn diese Negativ-Serie weitergeht, dass ihm einfach irgendwann die Hände gebunden sind. Denn was willst du denn noch anpacken als Trainer irgendwann? Du hast doch irgendwann jede Form der Ansprache genutzt, jede Trainingsform mal anders gestaltet. Oder kam da heute auf der PK nochmal irgendeine Trainingsform, die jetzt diese Woche gemacht wurde, zur Sprache, von der du noch nie gehört hast? Nee, kam nicht. Aber auch genau das habe ich ihn gezielt gefragt heute. Rino, du hast immer wieder in den letzten Wochen versucht, irgendwas einzubauen, irgendeinen Kniff, irgendeinen Trick, die Mannschaft anders anpacken, öffentlich kritisieren, sie mal mit Reizen überfluten, sie überlasten, sie überfordern. Und das ist genau das, was du sagst. Und es geht, glaube ich, gar nicht um Abnutzung, weil er ja immer verschiedene Methoden verwendet. Aber ich glaube, das größere Problem ist, dass ihm diese Methoden halt irgendwann ausgehen. Weil du sagst das richtig, was willst du noch machen? Also, du kannst ja nicht vor jedem Spiel diese Keule Endspiel schwingen, auf den Tisch hauen und sagen, so, das ist das letzte Spiel, wenn wir das jetzt nicht gewinnen, Leute, dann sind wir richtig am Arsch. Und das hast du vor Wolfsburg gesagt, das sagst du jetzt vor Union, dann sagst du es vor Bochum. Das nutzt sich dann schon in gewisser Weise ab. Das größere Problem, das ich sehe, und ich wiederhole mich, tut mir leid, Rino gehen die Ideen aus. Und für mich hat das heute auf der PK so ein bisschen ratlos gewirkt, ein bisschen hilflos gewirkt. Und wie der User sehe ich es genauso. Rino ist die ärmste Sau aktuell. Ich habe das Gefühl, er versucht alles, was in seiner Kraft als Mensch und Trainer liegt, um diese Mannschaft voranzubringen, um die Mannschaft zu pushen. Aber er kriegt es nicht hin. Und ich glaube, das ist die Alarmglocken, die da läuten im Vorstandszimmer bei Alexander Werle, die auch bei Sven Miss hintert läuten müssen, so ehrlich müssen wir schon sein. Der ist ja auch nicht so naiv und macht da die Augen zu. Das ist das aktuelle Problem, das ich sehe beim Trainer Rino, warum es vorbei sein könnte, weil er irgendwann keine Ideen mehr hat, die Mannschaft zu erreichen. Und dann war es das halt. Jetzt bringt der geschätzte Ray Bucanero, der einen ganz wunderbar kritischen Blog über den VfB schreibt, einen interessanten Aspekt noch ein, den wir dringend auch diskutieren müssen, Simi. Und er ist nämlich der Meinung, Matarazzo ist ein Teil eines Projekts, das auf die Entwicklung junger Spieler setzt. Meiner Meinung nach macht es wenig Sinn, einen neuen Trainer zu verpflichten, der nicht zur Gesamtstrategie passt. Was dann bliebe, wäre nur Stückwerk. Ich finde, auch hier trifft er einen Punkt. Ein Trainer, den du jetzt holen könntest als Feuermemmern, beziehungsweise die Namen, die ja schon genannt wurden als Alternativen, sind Hoeneß und Hütter. Der muss natürlich dann auch in diese Gesamtstrategie, dieses Jung und Wild 2.0 passen. Denn er muss mit der gleichen Mannschaft weiterarbeiten. Und im großen, ganzen Blick an dieser Gesamtstrategie wird sich über kurz oder lang vermutlich nicht sehr viel ändern. Es sei denn, Sven Mislinda träumt seinen Stuhl auch noch. Ja, da würde ich auch nicht widersprechen, aber trotzdem noch einen weiteren Punkt reinbringen, um das Ganze so ein bisschen zu erweitern. Eine große Erkenntnis der vergangenen Saison und der Analyse war ja, man kann sich nicht nur auf diese Strategie irgendwie verfestigen und man kann nicht nur junge Spieler entwickeln wollen und nicht nur junge Spieler auch kaufen, sondern es geht auch darum, im Alltagsgeschäft Fußball-Bundesliga zu punkten. Das war die Aussage von Rino. Er will sich mehr darauf fokussieren, wirklich Punkte einzufahren und sich nicht nur noch darauf zu fokussieren, junge Spieler zu entwickeln und voranzubringen, weil sein Learning war, das Alltagsgeschäft zählt, ich muss hier und jetzt punkten und das ist das, was zählt. Und genau das klappt gerade nicht, Danny. Also Strategie, Entwicklung, Pläne, hin oder her. Fußball ist immer im Hier und Jetzt und natürlich ist es sinnvoll, eine langfristige Strategie zu haben und an der auch festzuhalten. Aber wenn du im Hier und Jetzt im Alltag Fußball-Bundesliga nicht punktest, dann ist deine Strategie für den Arsch, weil dann steigst du am Ende des Jahres ab bis in der zweiten Liga und dann war deine schöne Strategie völlig nutzlos. Und ich glaube, das ist gerade den Spagat, den man an der Mercedes-Straße machen muss. Auf der einen Seite Strategie, Trainer, Entwicklung ist wichtig, ja. Auf der anderen Seite Alltag-Bundesliga. Du musst punkten. Aus. Schluss. Da gibt es überhaupt nichts mehr zu diskutieren. Und wenn quasi diese eine Seite, dieses Punkten, dieses Siege einfahren, dieses Gewinnen, dieses sicheren Tabellenplatz einfahren, wenn das nicht klappt, dann muss das wichtiger sein als deine grundsätzliche Strategie. Ich würde jetzt nicht Felix Magath holen als Feuerwehrmann. Auf gar keinen Fall. Natürlich muss ein Trainer kommen. Das hat doch gut funktioniert bei Hertha. Hör drauf. Wenn überhaupt ein Trainerwechsel sein muss. Wir tun jetzt gerade so, als wäre das schon passiert. Nee, ist es nicht. Aber wenn da jemand kommt, dann muss der natürlich grundsätzlich in die Strategie passen. Aber es darf nicht unterschätzt werden, wie wichtig das Punkte-Einfahren im Alltagsgeschäft ist. Und das geht aus meiner Sicht vor Entwicklung und vor Strategie. Lass uns den Blick vielleicht langsam dann auch nach vorne richten. Aber der User Erik hat noch eine Anmerkung, beziehungsweise das fordert ja in gewisser Weise auch dann unsere Meinung dazu auf. Er schreibt nämlich, der Druck ist nun endgültig da. Allerspätestens nach drei weiteren Spielen ohne Sieg wäre er weg. Möglicherweise auch schon vorher. Hoffentlich zeigt die Mannschaft endlich, was sie wirklich kann und kämpft um einen Sieg gegen Union Berlin. Simi, was denkst du? Wir haben ja gesagt, der Stuhl, der wackelt schon. Welche Rolle spielt das Spiel am Sonntag dann schon? Weil in dem Wissen am Wochenende drauf kommt der VfL Bochum nach Stuttgart. Und das ist das einzige Team, das gemeinsam mit dem VfB noch sieglos durch die Liga dümpelt. Und ja, spätestens da ist es dann fünf vor zwölf. Ich würde nicht sagen, dass es fünf vor zwölf ist. Ich würde sagen, es ist 30 Sekunden vor zwölf. Ich glaube, das Spiel gegen Union Berlin wird entscheiden, in welche Richtung es eine Woche später geht. Wenn sie das Spiel gegen Union Berlin verlieren, egal wie hoch, 4-0, 5-0, komplett auseinanderfallen. Ich glaube nicht, dass nach Union Schluss ist. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Rino bekommt auf jeden Fall noch das Bochum-Spiel. Davon bin ich überzeugt. Ich glaube aber, dass die Leistung gegen Union Berlin so eine grundsätzliche Tendenz sein wird, wie es nach Bochum weitergehen könnte. Also wenn sie sich jetzt 1 zu 1 gut verkaufen gegen Union, wenn sie da nicht komplett auseinanderfallen, dann glaube ich, könnte auch ein Unentschieden gegen Bochum oder vielleicht sogar eine Niederlage noch nicht der Hals- und Beinbruch sein. Wenn sie aber gegen Union 2-3-0 verlieren, es gibt nach wie vor die gleichen Probleme und es dann gegen Bochum nicht zu einem Sieg reicht, dann ist er weg. Ich glaube, das Unionsspiel bereitet so ein bisschen den Weg vor, auf den Matarazzo jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen geht. Und die Zeitschiene ist für mich, Bochum kriegt er auf jeden Fall. Danach, Danny, wenn wir weiterdenken, kommt ja Pokal Mittwochabend gegen Bielefeld, also dann am Wochenende darauf. Dortmund, also das wird ja dann eine englische Woche. Ich glaube, dass er Bochum auf jeden Fall bekommt. Wie siehst du es? Total schwierig, weil Sven Mislint hat ja zum einen jetzt nach Wolfsburg gesagt, der Trainer ist nicht Teil der Analyse und sich der Verein quasi dagegen diese Diskussion, die jetzt von außen geführt wird, sträubt und sagt, das wird eigentlich intern gar nicht geführt, aber jetzt kommt am Donnerstag im Kicker, kommen dann diese Planspiele mit Hoeneß und Hütter ans Tageslicht. Also ich glaube auch, dass Lieferzeit ist für Trainer und Mannschaft. Und ich sehe es genau wie du am Sonntagabend. Das wird schon mal die Stimmung für die kommenden Tage setzen und den Ton auch setzen, denke ich. Denn ich sehe es ein bisschen anders dann wie du. Sollten die richtig deftig auf die Mütze bekommen gegen Union Berlin, könnte ich mir vorstellen, dass sich da eine Dynamik entwickelt, die am Ende dazu führen könnte. Wir sind im Konjunktiv, müssen wir immer noch dazu sagen, dass vor Bochum schon was passiert. Denn dieses Spiel ist dann zu wichtig. Und in den Spielen danach ist englische Woche, da ist ein Pokalspiel gegen Bielefeld zu Hause, da ist ein Auswärtsspiel in Dortmund. Da hast du eigentlich dann keinen Zeitslot, um so einen Wechsel zu vollziehen, um das mal ganz bürokratisch zu sagen. Also ganz klar. Und beim VfB fahren sie, das ist intern die Linie, das wissen wir auch. Der volle Fokus liegt auf den nächsten drei Heimspielen, also dem Heimspiel gegen Bochum, gegen Union in der Liga und diesem Pokalspiel gegen Bielefeld. Denn das gehört natürlich auch zur Gesamtbetrachtung dazu. Holst du da jetzt deine Ergebnisse endlich, dann drei Siege zu Hause, dann scheint auf einmal doch wieder ein bisschen die Sonne über Bad Cannstatt. Das ist doch auch klar. So schnellliebig ist dieses Geschäft, so schnell kann es dann auch gehen. Genauso sehe ich es wie der Nutzer. Diese drei Heimspiele, es sind immer noch Heimspiele und Heimspiele sind immer noch besonders wichtig für die Stimmung und die Wahrnehmung auch in der Stadt, in der Fanszene und so weiter, auch im Umfeld hier bei uns Journalisten. Sollten die wirklich in die Hose gehen, dann wird es natürlich gewaltig dünn. Das müssen wir einfach so sagen. Und insofern sind wir besonders gespannt, was die Mannschaft jetzt am Sonntag, dann schon am Sonntagabend, das ist das letzte Spiel des Spieltages um 19.30 Uhr, was sie zeigen wird. Simi, wir machen diese Trainerdiskussion jetzt zu, zumindest hier für unseren Podcast, machen wir sie zu. Und wir richten den Blick aufs Sportliche auf den Sonntag. Und bevor wir uns mit Union Berlin beschäftigen, schuldest du mir noch eine Antwort auf die Frage, wie sieht es eigentlich beim VfB aus? Wir haben einige Wehwehchen gehabt, Vataro Endo musste verletzt raus in Wolfsburg, Ito ist angeschlagen, Tomasch musste unter der Woche das Training abbrechen. Wer ist fit? Wer kann spielen am Sonntag? Also zunächst mal die positiven Nachrichten, die klaren Nachrichten, die man geben kann. Bonasussa ist auf jeden Fall zurück. Er hat die ganze Woche trainiert, hat seine Erkältung auskuriert und ist auf jeden Fall am Start, genauso wie Thiago Tomasch. Da gab es eine Schrecksekunde am Dienstag im öffentlichen Training, hat einen Schlag aufs Schienbein bekommen, musste humpelnd und eingepackt vom Platz gehen. Da war aber dann gleich so ein bisschen Entwarnung. Das ist nur in Anführungszeichen eine Risswunde am Schienbein, hat einfach sehr, sehr wehgetan. Der ist auf jeden Fall auch wieder am Start. Es gibt ein Fragezeichen hinter Endo und Ito. Die hatten beide so ein bisschen Wehwehchen nach dem Wolfsburg-Spiel, so hat es Pellegrino Materazzo gesagt. Bei Hiroki, also Ito, waren es muskuläre Probleme. Da wollte er nicht genauer sagen, wo, in welchem Bereich, aber es geht einfach darum, er hatte ein paar Wehwehchen und war bisher nur im Teiltraining. Also heute ist Freitag. Er war bis jetzt nur im Teiltraining. Sonntag ist das Spiel, zwei Tage noch. Es könnte schon eng werden. Genau das Gleiche gilt für Kapitän Vataro Endo. Der hat ja in Wolfsburg einen Schlag auf sein Wadenbeinköpfchen bekommen, musste dann ausgewechselt werden nach seinem Torschuss. Und bei ihm ist das Gleiche. Bisher nur Teiltraining, noch kein volles Mannschaftstraining. Da könnte es eng werden tatsächlich für Union. Aber der Trainer hat gesagt, er ist optimistisch, dass beide eine Option sein können. Und so wie ich das einschätze, geht es einfach jetzt auch darum, Endo und Ito punktgenau auf das Unionsspiel fit zu bekommen. Ich denke, die werden spätestens morgen am Samstag das Abschlusstraining mit der Mannschaft machen. Und dann sind beide absolut Kandidaten für die Startelf. Und ich gehe auch davon aus, dass wir beide sehen, auf dem Platz am Sonntag. Und ansonsten sind alle am Start. Also auch Karasor, Koulibaly, die mal so ein bisschen geschwächelt haben, sind auch dabei. Wenn Sosa wieder fit ist, denkst du, der wird seinen Platz in der Startelf wieder übernehmen? Und wir sehen gegen Union wieder das Wingback-System, weil die Viererkette, ja, es hat nicht super funktioniert. Aber Pascal Stenzel auf der rechten Außenbahn, der hat es finde ich richtig gut gemacht. Muss der jetzt wieder rausrotieren sozusagen? Was denkst du da? Ja. Denn ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Das ist auch mal erfrischend ehrlich. Es ist einfach so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Die PK heute war für mich so schräg und so komisch in gewisser Weise. Und ich habe Rino auch danach gefragt, welche Kniffe, welche Tricks hat er denn jetzt noch? Und er ist da so ein bisschen ausgewichen und wollte nicht so richtig antworten. Ich kann mir vorstellen, dass er irgendeinen Kniff auspackt, mit dem keiner rechnet. Keine Ahnung. Sosa links offensiv, Viererkette. Also nicht hinten, sondern in der Offensive. Ich kann das mir vorstellen. Ich glaube wiederum auch, dass es gegen Union die Viererkette eher wird, weil Rino ganz klar gesagt hat, und dann können wir ja gleich auch zum Thema kommen, Danny, was kommt mit Union für ein Gegner? Was erwartet den VfB da? Er meinte, das wird kein schönes Fußballspiel. Da geht es darum, den Kampf anzunehmen, in jeden Zweikampf sich reinzuschmeißen. Und ich glaube, dass der VfB da mit zwei Viererketten spielen wird. Also eine Viererkette hinten, zwei Sechser, zwei Außen, eine hängende Spitze und einen Stürmer. Ich denke, da geht es nicht darum, mit einem Wingback-System sich schön über die Außen nach vorne zu spielen. Da geht es darum, Union in jedem Zweikampf die Stirn zu bieten. Ich glaube, Pascal Stenzel ist ein Spieler, der da prädestiniert ist für dieses Duell. Da geht es nicht um schön spielen, Danny. Da geht es nicht um schönen Fußball. Da geht es einfach nur um Punkten. In diesem Entscheidungsspiel, da geht es einfach nur darum, Union die Stirn zu bieten. Ich glaube, Pellegrino Materazzo ist schöner Fußball am Sonntag relativ scheißegal. Ketzer würden sagen, schöner Fußball ist den Unionsfans und Verantwortlichen seit Jahren scheißegal. Aber es hat Erfolg, Simi. Es ist der Tabellenführer, der am Sonntagabend nach Bad Cannstatt kommt. Aktuell 17 Punkte eingefahren. Dazu, glaube ich, mit den Bayern und Freiburg die beste Defensive der Liga. Jetzt am Donnerstagabend noch im Einsatz in der Europa Conference League, wenn ich es richtig gesagt habe. Oder heißt es irgendwie anders? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall da ein 1-0-Sieg bei Malmö. Diese Mannschaft Union Berlin, du hast es schon so ein bisschen angerissen. Das ist mit, vielleicht ist es sogar die abgezockteste Mannschaft im Profifußball. Simi, du hast, glaube ich, in einer würdevollen Fleißarbeit Zahlen und Daten dazu rausgesucht. Jetzt ist der Moment gekommen. Ja, Danny, ich glaube, Union Berlin ist die absurdeste Mannschaft, die ich je gesehen habe. Die erschließen sich mir nicht. Also ich habe keine Ahnung, warum die da oben stehen. Ich erkläre es gleich, warum ich doch eine Ahnung habe. Aber so mein erster Eindruck ist, wie kann diese Truppe auf dem ersten Platz stehen? Das geht doch gar nicht. Also wenn ich mir das Team anschaue mit Khedira, Rani Khedira, mit Öztunali, mit Trimmel, mit Robin Knoche in der Innenverteidigung, Renaud im Tor, Haraguchi, Gieselmann. Hör doch auf, das ist doch, wenn überhaupt, mindestens eine durchschnittliche Bundesligamannschaft. Nein, ist sie nicht. Die spielen europäischen Fußball, haben da gestern Donnerstagabend in Unterzahl 1-0 eklig gewonnen. Die sind unfassbar eklig zu bespielen. Und die Zahlen, Danny, keine Mannschaft begeht mehr Fouls als Union Berlin, 117. Kein Team läuft mehr Kilometer als Union Berlin, 945. Kein Team gewinnt mehr Kopfballduelle, 213. Und kein Team bekommt weniger Gegentore, nur sechs Stück. Also die Mannschaft ist, glaube ich, das Sinnbild für eine unfassbar eklig bespielbare Mannschaft. Und eine Statistik, Danny, ist der Oberhammer bei unserem Gegnercheck. Ich habe dir gerade gesagt, dass keine Mannschaft mehr Fouls begeht als Union Berlin. Aber keine Mannschaft kriegt weniger Karten als Union. Das ist doch unfassbar, oder? Das zeigt einfach nur, Union Berlin macht die richtigen, die cleveren, die taktischen Fouls in Spielsituationen, wo es keine gelbe oder rote Karte fordert, die aber den Gegner in ihrem Spielrhythmus so extrem stören, dass Union Berlin dein Spiel einfach nur kaputt macht. Und Rino hat es richtig gesagt, Union ist eine besondere Mannschaft. Die haben ein brutales Defensivverhalten. Du kannst dich gegen sie quasi nicht aufdrehen im Mittelfeld, weil sie sofort dran sind. Die stehen defensiv unglaublich kompakt. Und ich glaube, der wichtigste Punkt, den Rino auch aufgearbeitet hat gegen Union, ist es, diese Infights, hat er es genannt, diese Infights anzunehmen im Spiel. Keinen Zentimeter nachlassen. Voll fokussiert, über 90 Minuten. Und da kommen wir zum Punkt, Danny. Der VfB war bisher nie 90 Minuten voll fokussiert. Das kann ja was werden gegen Union. Ja, Optimismus versprüht hast du jetzt nicht. Und wir können schön, glaube ich, gegenlesen, legen, Entschuldigung, die Mannschaft, die, glaube ich, mittlerweile die meisten Karten gesammelt hat in diesem Jahr. Das ist der VfB Stuttgart, wenn ich sogar richtig bin. Und das zeigt natürlich auch nochmal, abgezockt, reife Spielanlage, die bremsen den Spielfluss da, wo es dem Gegner richtig wehtut und kein Schiedsrichter der Bundesliga eine Karte zeigt. Und der VfB, das, ja, das krasse Gegenteil. Und das krasse Gegenteil zum VfB ist auch die Strategie, die Union seit Jahren verfolgt. Manager Oliver Runert und Trainer Urs Fischer. Übrigens Urs Fischer gemeinsam mit Christian Streich, der Dienstälteste im Profifußball. Danach kommt unser Freund Rino Matarazzo. Aber das ist nämlich auch einer der Stützpfeiler dieser Union-Erfolgsgeschichte, dass dieses Team seit Jahren kontinuierlich zusammenarbeitet und eben, das ist der große Unterschied zum VfB Stuttgart, was die Transfers angeht, eine komplett andere Linie fährt. Simi, du hast es angesprochen, wenn wir uns diesen Kader anschauen. Wir wollen den Spielern jetzt nicht zu nahe treten, aber das ist oftmals so gefühlt bisschen abgehalfter der Bundesliga-Durchschnitt. Renault, Kedira, Knoche, Spieler, die bei anderen Vereinen nicht so die Rolle gespielt haben, die auch schon so Mitte, Ende 20 sind, die dann auf einmal wieder in dieses Union-Becken geworfen werden und dort von Urs Fischer auf Linie getrimmt werden und dann funktionieren wie ein Schweizer Uhrwerk. Man nehme doch nur die beiden Ex-VfB-Profis Timo Baumgartl, der immer noch unter Vertrag steht bei Union, oder den langjährigen Kapitän und baldigen Chef der Lizenzspielerabteilung Christian Gentner. Simi, auch Gentner war beim VfB nicht mehr erwünscht sozusagen, sein Vertrag wurde nicht verlängert. Er kam in diese Union-Mannschaft und hat wirklich nochmal da eine gute Rolle gespielt auf hohem Bundesliga-Niveau. Also das ist auch sehr, sehr interessant zu beobachten, wie die Unioner sich da positionieren auf dem Transfermarkt und wie sie damit seit Jahren wirklich kontinuierlich Erfolg haben. Denn wir erinnern uns zurück, es war die Relegation, der VfB verliert die Relegation zwar nicht auf dem Spielfeld, aber unter dem Strich dann doch zweimal Remis. Das reicht, um dem damals Zweitligisten Union das Tor zur Bundesliga zu öffnen. Und seitdem haben sie sich eben kontinuierlich nach oben gearbeitet und spielen sogar mittlerweile europäisch. Also man muss es nicht schön finden, was sie spielen, aber man muss dem Ganzen, finde ich, dann doch Respekt zollen. Absolut. Und ich glaube, das ist genau das, was Union so stark macht, Danny. Ich habe es ja gerade angesprochen, eigentlich ist Union eine Durchschnittsmannschaft, auch was so die Spieler angeht. Aber Union hat eine Struktur, hat eine Herangehensweise an Spiel, die der Mannschaft ermöglicht, jeden Gegner zu schlagen. Die haben eine unfassbar gute Abstimmung zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen. Also da weiß jeder in jeder Spielphase ganz genau, was er zu tun hat. Und das Verrückte und das Krasse ist, egal wie du da reinschmeißt, egal welcher Spieler eingewechselt wird, eine Verletzung, Corona-Fall, keine Ahnung, du musst rotieren wegen dem europäischen Fußball unter der Woche, englische Wochen, egal wer da auf dem Platz steht, jeder weiß ganz genau, was er zu tun hat. Und das ist der Grund, warum Union erfolgreich ist. Das ist der Grund, warum sie gerade auf Tabellenplatz einstehen, weil sie eine unfassbar abgezockte Truppe sind, die in jeder Spielphase weiß, was sie tun muss. Und wenn wir uns einfach auch nochmal den Altersdurchschnitt anschauen, die Startelf von Union Berlin ist im Schnitt 28,4 Jahre alt. Damit sind sie Platz zwei hinter dem VfL Bochum, nur diese noch älter. Und Danny, wer ist die jüngste Mannschaft? Natürlich der VfB. 24 Jahre jung ist die Startelf im Durchschnitt. Damit über vier Jahre jünger als Union Berlin. Und das merkt man auf dem Feld. Union ist abgezockter, reifer, erwachsener, hat eine viel, viel reifere Spielanlage. Und das ist einfach aktuell der Unterschied. Und für mich ist das am Sonntag das Duell der Gegensätze, weil ich glaube, unterschiedlicher könnten die Herangehensweisen der beiden Mannschaften nicht sein. Und genau das, Danny, und das ist das Paradoxe, und das merke ich gerade erst am Reden, genau das, was Union stark macht, macht der VfB gerade schwach. Nämlich dieses über 90 Minuten voll da sein, volle Bereitschaft, gute Absprache zwischen den Mannschaftsteilen, keine Riesenlöcher zwischen den einzelnen Bereichen. Und genau das macht der VfB gerade falsch. Also da treffen zwei Mannschaften aufeinander, die in ihrer Form, in ihrer Struktur, in ihrer Spielidee nicht unterschiedlicher sein können, Danny. Tja, jetzt haben wir es wieder geschafft, allen die Stimmung zu verhageln. Ich grätsche da rein. Was für Stimmung? Also nicht Stimmung verhageln. Also wenn wir die Zeichen gerade lesen, Danny, und ich komme von dieser PK. Kann ich verstehen. Das ist pur Realismus. Es hat nichts mit Stimmung verhageln zu tun, sondern ich war auf dieser PK, Danny, und der Trainer sagt, er hat keine Lösung für die Fragen, die er hat. Was zur Hölle? Was soll ich denn da noch sagen? Soll ich jetzt im Podcast sagen, ey, wir sind super guter Laune, dass die gegen Union Berlin gewinnen? Ich komme von der PK, wo der Trainer zugibt, er weiß nicht, wie er diese Mannschaft anpacken soll. Er weiß nicht, wie er diese Probleme lösen soll. Er hat Lösungsansätze, aber keine Lösung. Und er kann sich nicht erklären, warum diese Mannschaft es nicht hinkriegt, 90 Minuten den Plan durchzuziehen. Wie soll ich denn da optimistisch sein? Es geht da gar nicht darum, schwarz zu malen. Aber das ist die harte Realität, in der wir sind, Danny. Der VfB gewinnt keine Spiele, nur drei Spiele im ganzen Jahr. Der Trainer wirkt ratlos, hilflos. Was soll ich da sagen? Also, bitte. Es ist nicht deine Aufgabe, gute Stimmung zu verbreiten, sondern es ist deine Aufgabe, kritisch zu berichten und auch für die Hörerinnen und Hörer da immer wieder auch deine Eindrücke zu schildern, auch wenn es jetzt um so eine PK geht. Weil ich finde das immer ganz wichtig, weil das die Leute so im Nachgang, wenn man sich die PK als Videoschnipsel dann noch anschauen kann, gar nicht so mitbekommt. Das finde ich nämlich eben ganz wichtig und deswegen habe ich dir da auch so viel Raum eingeräumt heute in deinen Schilderungen, dass man den Leuten da mal auch ein Gespür mitgibt. Also deswegen ist es eigentlich auch so eminent wichtig für uns Journalisten, dass wir immer vor Ort sein können, wenn es denn geht. Wenn es jetzt beim VfB ist ja seit Corona, ist das alles digital. Immerhin am Spieltag ist die Pressekonferenz dann in echt vor Ort. Aber das ist eben immer ganz wichtig, um da auch mal ein bisschen was Zwischenmenschliches aufzufangen. Und das ist dir, finde ich, heute ganz gut gelungen. Und ich hoffe jetzt, dass du auch mit deinen Tipps endlich mal wieder richtig liegst. Denn ich glaube, wir haben schon seit Wochen keinen richtigen Tipp mehr hingehagelt. Und wir sind am Ende unserer Folge angekommen, Simi. Deswegen, die Bühne gehört dir. Wie geht es aus am Sonntag? Ich habe gegen Wolfsburg einen Sieg getippt und ich lag daneben, weil ich wirklich geglaubt habe, der VfB kann gewinnen gegen die Wölfe. Ich tippe jetzt genauso realistisch das Union-Spiel. Ich sehe überhaupt keine Chance, dass der VfB gegen Union gewinnt. Sehe ich nicht. Tut mir leid. Union macht genau das richtig, was der VfB falsch macht. Gegensätzlicher könnte es nicht sein. Ich hoffe aber trotzdem, dass ich mit meinem Tipp daneben liege, weil es würde bedeuten, der VfB hätte ein Erfolgserlebnis. Ich tippe auf ein unfassbar abgezocktes 2-0-Fürger. Union Berlin. Ich sehe überhaupt keine Möglichkeit, dass der VfB diese Truppe irgendwie überwindet. Sehe ich nicht. Ich glaube, der VfB macht zu viele Fehler, die Union eiskalt ausnutzen wird. Da reicht eine Unkonzentriertheit in der Defensive und Union schlägt zu. Das wird dem VfB passieren. Der VfB wird es nicht schaffen, 90 Minuten seinen Plan durchzuziehen. Deswegen 2-0-Union. Ich hoffe, ich liege daneben. Ich hoffe, der VfB gewinnt. Ich hoffe, Rino bleibt Trainer. Ich mag Rino. Ich schätze ihn. Top-Typ. Ehrenmann. Ich kann nicht mehr dazu sagen. Aber mein purer Realismus sagt mir, da ist nichts zu holen, Danny. Ich muss mich, glaube ich, leider anschließen. Ich sehe auch nicht wirklich die Möglichkeit, da was zu holen. Aber damit wir zumindest die positive Stimmung am Ende etwas nach oben halten. Ich glaube zwar nicht dran, aber ich tippe auf die Trendwende. Komm, ich tippe mal auf die Trendwende. Ich glaube, der VfB schafft es. Der VfB hat es schon gezeigt, dass sie, wenn sie über ihre Leistungsgrenze hinausgehen, dass sie dann auch Teams aus der Spitzenklasse ärgern können. Leipzig, Bayern, den hat man unentschieden abgetrotzt. Und Union ist eben aktuell Bundesligaspitze. Und ich glaube, das war ja auch immer so ein Thema. Der VfB kann sich dann nur gegen diese Top-Teams motivieren. Und wenn es gegen Wolfsburg geht, kriegen sie es nicht auf die Kette. Und deswegen glaube ich, die Mannschaft wird fokussiert sein. Sie werden es wieder nicht über 90 Minuten schaffen, aber vielleicht kriegen sie diesmal 85 Minuten hin. Also sie kriegen es nicht ohne Gegentor hin, aber sie schaffen es. Sie gewinnen mit 2 zu 1 gegen Union Berlin. Das ist mein positiver Tipp. Da ist auch eher der Wunsch der Vater des Gedanken. Aber mir ist es jetzt völlig wurscht. Das soll es für uns für heute gewesen sein. Lieber Simeon, vielen lieben Dank dir für deine Eindrücke in die PK. Ich hatte auch so ein Stück weit das Gefühl, ist für dich fast schon ein bisschen Therapiesitzung hier heute, über diese emotionale Pressekonferenz zu sprechen. Deswegen vielen Dank hierfür. Am Ende noch unser obligatorischer Werbeblock. Und der Hinweis, Leute, passt auf, wenn ihr am Sonntag zum Spiel fahrt. Es wird mächtig voll rund um den Neckarpark. Wir haben da einen kleinen Artikel zugemacht. Es ist der letzte Tag des Cannstatter Volksfest. Es sind immer noch wenig Parkplätze verfügbar. Nutzt die Öffentlichen. Vielleicht fahrt ihr ja sogar mal ganz vorwegen mit dem Fahrrad. Also dieser Hinweis sei uns erlaubt. Genauso wie der Hinweis auf unsere tolle News-App, ZVW News-App in den Stores verfügbar. Ladet sie euch runter, da könnt ihr euch alle Push-Nachrichten zum VfB Stuttgart direkt aufs Handy holen. Und letztlich, zu guter Letzt, das Ende des Werbeblogs. Wenn euch unser Podcast gefällt, beziehungsweise wenn euch etwas nicht gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Feedback habt, Lob, Kritik, alles ist gerne gesehen. Alle Kanäle sind offen. Wir sind auf YouTube für euch da. Wir sind auf den Playern für euch da. Wir haben eine eigene E-Mail-Adresse für euch eingerichtet. Vfb at zvw.de. Da freuen wir uns auf euer Feedback. Greifen das gerne mit auf und lassen es gerne auch immer wieder hier in die Sendung einfließen. Vielen Dank dafür und sehe mit dir nochmal ein dickes Dankeschön. Viel Spaß am Sonntag im Dienst. Das soll es gewesen sein. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Ciao. Ciao.